Nur weil du es geschafft hast, mit deiner kleinen Playmobil-Chirurgen-Ausrüstung den Patienten nicht umzubringen, bist du noch lange nicht die Schwester von Michael Jordan. Sie glauben, sie können das besser, Opa? Jetzt kannst du mal was lernen. Na, wie gefällt dir das? Geht dir das schön rein? Oh nein, mein Rücken. Alles in Ordnung? Ich bitte Sie, ich posiere nur, damit er freut mich für seine Leute, neben denen ich mich so fühle wie ein kleines Mädchen-Album fotografieren kann. Du willst mir ernsthaft erzählen, deine Mutter hat heute Morgen Pancakes gemacht und dir war nicht klar, dass heute Pancake-Tag in der Cafeteria ist? Hör doch auf! Und das Verrückte ist doch... Nein, ich mein's ernst, hör auf und verzieh dich! Warum geben Sie nicht zu, dass Ihnen der Rücken weh tut? Carla, ich bitte Sie! Rückenschmerzen sind was für 80-Jährige namens Norman, mit einer Hose bis hier und Nasenhaaren bis hier, die jeden Satz mit folgender Einleitung beginnen. Aha. Hoppla! Ihr Namensschild ist runtergefallen. Dann legen Sie mal los. Norman. Norman. I can be your hero, baby I can kiss her with the pain Oh yeah And I can be your hero I can kiss away the pain You can take my dreams I can be your hero Sehr beeindruckend!